Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge und neuen Session hier der Minecraft WG mit der Ria. Hallo. Und dem Brother. Nein, wunderschön. Und dem Bifi. Hallöchen. Und der verscholten Julia, hallo. Wer bist du denn? Wer sind sie? Was machen sie hier? Ich weiß nicht, ich war irgendwann mal hier dabei, hab ich gehört. Wir haben in der Bildnis verloren. Ich hab grad so Burger gegessen, die ich damals noch von diesen Minecraft Viechern, von diesen Weihnachtsgeschenken bekommen habe und die haben überhaupt gar keinen Hunger geändert. Hilfe, ich seh die nicht. Ich seh die Viecher nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Du guckst doch die ganze Zeit in die Luft, du. Die seh die trotzdem nicht. Die sind hier einfach nicht. Die sind unsichtbar. Ja, ich seh sie. Von wieder die unsichtbaren. Geräusch hier irgendwo. Gott, wo hab ich denn aufgehört? Ähm, äh. Irgendwas macht da Trapdoor. Hm. Oh, ist die ganze Zeit auch. Was gibt's denn da? Weiß nicht, ich teste grad ne neue Einstellung. Ja, mit Zielen ist grad ein bisschen schwer, ne? So. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Ich hab ne neue Funktion entdeckt, die muss ich erstmal ausprobieren. Alles klar, ja. Wir haben ein bisschen Zuckerrohr angebaut. Um die ganze Insel. Um die ganze Insel, genau. So, noch nicht ganz, ne? Jetzt brauch ich mal eure Hilfe. Hattet ihr schon fertige Sandwiches unten irgendwo oder unfertige nur? Steve? Also, geht's dir gut? Ja, alles okay. Ich seh immer so aus, wenn ich laufe. Ups. Ich weiß nicht. Ups. Alles klar? Tututututut. Wollt los, ist nicht vergehen. Schon wieder. Ups. Bist du der Hans Gucki in die Luft oder was ist das? Hm, 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 hm. Naja, ich tust grad einfach so rum. Okay. Ich hab nen Gameboy aufgenommen. Ich bin nen Gameboy. Wir müssen mal überlegen, wo wir jetzt sind. Wir haben eh schon drei Wochen nicht mehr aufgenommen. Kann das sein? Ja. Ach, habt ihr auch so lange nicht aufgenommen? Ja, richtig. Wir haben auch so lange nicht aufgenommen. Einmal hatte ich Frühschicht am nächsten Tag, dann war Mief krank. Mhm. Ja, irgendwie so. Ich brauch was zu essen, 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 essen. Dann bin ich ja gar nicht verschollen, dann sind wir ja alle verschollen. Oh mein Gott! Du bist quasi nur sieben Folgen verschollen gewesen. Okay. Also eine Aufnahme und danach war irgendwie, ja. So, aber ich weiß nicht, ob mich, vielleicht sollten wir doch mal so eine Christmacht versuchen. Äh, äh, ja, äh, vielleicht? Na komm, ich zeig dir das Badehaus. Ich komm mit den Jutefasern, haben wir die nicht mal irgendwann fertig? Irgendwas wollten wir machen und wir haben es in die Kiste gelegt, aber ich, äh, du hast doch das nicht. Wir haben es irgendwo reingelegt, ja. Ich dachte, du hättest, glaub ich, was damit gecraftet. Na komm, Julia. Wo glaub ich hin? Ah. Irgendwie leckt das bei mir ein bisschen. Ja, bei mir auch, aber... Modpack ist schon fertig. Äh, äh, ich weiß, Julia muss auf jeden Fall mit ihrem Metall weitermachen, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter, ne? Ja. Ja, da hab ich grad ne Quest, glaub ich. Guck mal, Badehaus. Oh, nice. Warum haben wir den Short-Defense-Barrier noch nicht fertig? Cool, cool. Alles noch nicht fertig. Dorin, Flastersteinwand. Ist das geil? Oder Gabo, Flastersteinwand. Irgendein Flastersteinwand, ich mach da rein. Wieb schwimmt außen rum und ich seh halt mit diesem Gameboy durch das Fenster. Das sieht's doch geil aus. Da... Herrlich. Ich glaub, was ist denn das? Das schwimmt Wieb vorbei. Merkste was? Die lacht dich aus. Mhm. Ich weine schon. Ne, hab mich zum Weinen gebracht. Okay. Das kann ich gut. Okay. 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 Sekunde. Ich muss ihn jetzt auch leiser machen. Oh. Du hast ihn, ne? Dass du ihn einfach leiser macht. Ich bin doch gar nicht leiser. Doch. Das f*** ich schon mal nicht. Aber... So. Ja. Ähm. Ja. Jetzt hab ich hier... Achso. Geht das hier raus nicht? Geht hier raus nicht. Scheiße. Geht hier raus nicht. Ah. Toll. Achja. Ich wollt mal aus Feld. Mal gucken, wie das da so läuft. Jetzt hab ich sie wieder sortiert. Ich hasse dieses Spiel. Nice. Du meinst das Essen, das wir nicht mehr brauchen? We find everything. Mhm. Wir brauchen noch Essen. Also. Das Essen, wovon wir mittlerweile so viel haben, dass wir's verschenken könnten. Essen. Frisches Essen. Geht auch. Frisches Essen. Frisse. Frische. Frische Fische. Frische Fische. Frische. 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 Genau. So ähnlich. Nein. Ganz genau so. Ganz genau so. Okay. Mhm. 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 Du musst jetzt warm werden. Wieso geht denn das nicht? Ich weiß keine Beine hat. So ein bisschen. Wieso ist das noch keiner abgeben? Das ist ein Quest. Kann wohl nicht sein. Wir hatten noch schon mal Steinballs oder? Oder? Vielleicht war die da noch nicht anlockt? Äh. Du meinst diese Steinzäune wie das hier? Hast du auch geguckt, dass du den richtigen Stein dafür hast? Oh damn. Ich brauch da mehr Units. Es gibt verschiedene für das. Gabro oder Granit oder Dorit. Naja. Und wir haben keins von diesen Steinchen da. In den Mengen. In den Mengen, die wir es für die Quest brauchen. Weil die Quest wollte ich auch schon machen. Gabro. Gabro habe ich doch mal geholt für mein Haus, oder? Ja, ja. Ja, ja. Wo das ganze Gabro ist. Ich mach das mal. Ich bote mich zu meinem Gabro und dann mach ich das mal schnell. Gut. Ich sammle auf jeden Fall mir erstmal wieder ein bisschen Haus. Äh, Haus. Ich sammle mir ein bisschen Haus. Ah, so hier eine Wand und da ein Fenster. Jojo. Ja, genau. Hier will wir auch die Bestruhe, ja? Oh ja. So, wo ist denn hier teleportieren? Da, Wegpunkte. Da gibt's doch irgendwo... Gabro. Bist du da? Teleportieren. So ist hier so viel Zuckerrohr. Äh. 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 Welcher Hirni hat eigentlich eine Axt mit einer Haltbarkeit hier in den Schrank gesteckt? Äh. Äh. Mief was? Ähm. Äh. Ria was? Nein. Ria war die Olle, die sie erwischt hat beim Rauchholen. Nein, nein, nein. Du hast sie da selber reingelegt. Da bin ich ganz sicher. Mief. Ich bin so eine Expertin, ne? Ja. War's los, oder? Ich hab keine Spitzhacke dabei, um irgendwas abzubauen. Einmal mit Profis. Japp. Weiß ich kein Problem, renn ich wieder zurück und port wieder zurück dann von der Stelle aus. Ah ey, so ein Experte bin ich. So, wo ist denn... So wie der Telekom-Techniker, der letztes bei uns war und meinte, äh, ja. Ich kann aber nicht helfen, ich hab keine Geräte dabei. Das ist mindestens genauso wie ich jetzt auch. Bei uns auf Arbeit, ja? War super. Ich krieg da nix aus dem Regal raus. Ah, ich hab's schon okay, sehr gut. Und für was wird er dann bezahlt, fürs dumm Schwätzen? Für keine Ahnung, er stellt auf jeden Fall erstmal rum, so eine halbe Stunde. Hat dann da mal geguckt, ob alle Kabel drin sind, was wir auch schon gemacht haben. Aber ja, Logik sucht man ja vergebens bei denen. Ja genau, und dann zahlst du allein fürs Kommen schon mal 150, bevor er was gemacht hat. Nein, 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 nein. Wir haben ja nen guten Chef. Der Papst lässt sich ungern bescheißen. Bescheißt, lieber? Ja. Er schickt lieber auf der anderen Seite. Ah! Wie viel Gabo braucht man denn dafür jetzt? Äh, wie viel... Du brauchst... Au, ich hab schon wieder unsichtbare Gegner. Du brauchst, glaub ich, sechs Steinchen für einen Zaun. Du musst ja gucken, wie viel Zäune du machen musst. Das höchst nicht im Kopf. Fünf glaub ich, oder zehn, ich weiß es nicht. Ja, dann mach halt mal nen Stack. Ich hab wieder unsichtbare Mücken. Dann musst du dich bücken. Ah, sie wurden sichtbar. Siehste? Mach ich doch. Ich hab mich nicht gebückt. Aber ich treff sie nicht. Ich seh nicht wie Gabo, ich hab aber das alles in meinen Ruchtag landet. Ja, schön. Sind sie wieder unsichtbar? Da ist Mücken, da sind sie. Drecksviecher. Ja, ein Essensproblem sollten wir auf jeden Fall nicht mehr kriegen. Nicht in diesem Leben. You don't say. Wir werden überleben. Ja, wir werden's überleben. Wir brauchen nichts zu essen. Nimmer mehr. Entschuldigung. Wieso geht da wieder nichts? Gut, der versucht wieder was und schafft's nicht. Ja. Muss Gas geben, wir kommen uns im Questbuch nicht weiter. Ja. Seit wieviel Monaten? Ja. Ja. Ein. Fünf. Sieben. Acht. Weiß es nicht. Ich hab irgendwann aufgehört zu zählen, hat keinen Sinn gemacht. Ah, jetzt glaub ich hat's funktioniert. Kann ich das auch noch mal reinschmeißen? Au! Ich dachte schon, die greifen gar nicht mehr an. Ich kann aus dem Grabbruch Pflastersteinen auch keine Wall bauen, wieso denn nicht? Nicht Pflastersteine, die runden Steine, wie du sie abbaust. Wieso hab ich den jetzt fast so schnell rausgemacht? Ich kann ja wieder zurück machen und dann... Weiß ich nicht, warum du das getan hast. So, jetzt hab ich genug Walls. Ich geb das Quest ab. Ah, guck mal da. Du krieg ich ja nicht. Okay. Bum, 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 bum. Ich hab grad ne Grille gehört. Ich hab mich kaputt gemacht. Okay, es ist mir soweit. Auf jeden Fall. Bis Julia. Tschüss. Tschüss. Hier ist ein Zombie, der hat ein Geschenkpaket aufm Kopf. Ja. Äh, töten, töten, töten. Ich hab mich kaputt gemacht. Und deswegen gehst du auf den Server? Ja, äh, geht immer schlafen und wenn ihr fertig seid, dann erbarmt sich mal bitte einer und geht mal zu meinem Haus. Du, 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 du. Ja, Moment, ich muss erstmal mich der Zombies erwehren. Du, 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 du. Dafür diese Grillen sind die neu? Wie, die grillen schon? Ist doch noch gar keine Saison. Also ich liege, ne? Ja, ich will nicht neben Zombies liegen. Zombielein, du musst nicht traurig sein. Ria schläft nur mit dir allein. Oh, Zombies. Zombies, 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 Zombies. Hallo. Der hat eine Rute in der Hand, der ist ein, äh, Zombie. Ein Zombie. Der hat einen Hut auf dem Kopf, den will ich. Wo ist mein Drinkbeutel, Drinkbeutel, Drinkbeutel. Der hat einen Rucksack, den will ich auch. Seid ihr fertig? Ja. Mag mal eine zu meinem Haus gehen? Ich bin drinnen, was hast du gemacht? Die beiden sind da gerade, ja. Kann mal bitte einer hinten bei meiner, weil ich, ich connecte mal. Kann mal bitte jemand, Moment. Den Block da dann unter mir da bitte weg machen. Dankeschön. Äh, welchen genau? Den? Den bitte, innen drin. Den, den Erzblock, okay. Ja. Bist du reingefallen und hast, oder, oder gleichzeitig reingefallen? Ja, und jetzt, äh, jetzt backe ich und komm da nicht mehr raus. Ich, teleportier sie doch einfach weg, bitte. Ja, ich bau den grad schon zum dritten Mal ab, der geht nicht raus. Okay. Ja, oder tipp hin, das ging natürlich auch. Weil, äh, ja, äh. Bist du da? Ah, jetzt, ne, ja, ich komm nicht mehr raus. Ja, ich bin da. Hä? Äh. Ah. Ah, hat funkt. Hä? Dankeschön. Jetzt bist du raus. Danke. Du bist auch gerade rausgelaufen. Ja, jetzt bin ich. Ich hab das einfach mal abgebaut, während du da warst. Dann ging das. Ich hab's dir auch. Ich hab's dir raus telefoniert. Dankeschön. Jaja, bitte bitte. Hat Ria gern gemacht. brauche ich gar nicht mehr reden wie stellt man bis hier ein bisschen weizenmehl in wasser einmal vinegar habe ich hier oben schon drinnen was man braucht und zwei whisky haben wir drin ich glaube man brauchte vier oder fünf weizenmehl in den scheiß battle reinhauen wo ich mal Weizenmehl her weizen vielleicht malen? du brauchst Weizenmehl ich brauch Weizenmehl in der mach ich irgendwie aus Weizenkorn und ja ich weiß wie man das macht ich guck gerade ob wir noch Weizenkorn da haben was ist denn queren? wir haben schon alles soweit da ich muss nur eben Weizen besorgen ich bin mal kurz auf dem Fett du krieg's gleich kommst du gleich dein Mehl du kannst backen oder was auch immer du vorhast Whisky will ich daraus machen Whisky in the jar room hätte ich jetzt auch gesagt ist so Weizen guck mal Weizen 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 ich hab hier ein Bleigranz das gebe ich erstmal ja irgendwie tapier ich das nicht Ding Dong ach ich geh einfach rein hallo wie muss das denn anzünden hallo das sagen wir alle ich geh jetzt hier einfach Bleigranz um ins Regal rein also hier ist irgendwo ein Enderman tschüss tschüss was tschüss ich hab äh ach seger du was ist das denn weigerns Whisky in the jar room aber Essig und Holz aber was brauchen wir gar nicht ich brauche nur noch Whisky vier stück Whisky 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 ja zwei haben wir oben rechts das hab ich ja schon mal gesammelt für die Quest das glaub äh wenn ich das hier auskriege wäre wohl so äh äh aber wohl so in die vorgestell äh da ist ne da ist ne komische äh äh tschüss tschüss